Der nächste Dialog-Dienstag steht an von den Dialoggestaltungen aus Dortmund. Frank Klaus, was ist das Thema diesmal? Thema ist Generationenkonflikt oder Generationenvertrag und das, was wir bei der Corona-Krise gerade erleben. Ist das gerade so ein pulsierendes Thema? Ja, also wir haben ja die Frage, was ist schlau? Sollen die Alten zu Hause bleiben, die Jungen zur Arbeit? Verhalten sich die Jungen angemessen? Und wir wollen das etwas genauer betrachten. Da freue ich mich auf die Runde. Eine etwas andere Runde diesmal, nächsten Dienstag, der Dialog-Dienstag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch.